Musik 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 Schauen wir mal wer in dem Heli sitzt Das ist nur sexy anvisieren Ganz klar Das kann sein Aber du hast deine Flares Lader viel zu früh gezählt Dann ist das der Rainer Und der Heli Das ging schnell Und der Onkel ging Der Baby Alles klar Ich komme von hinten Ich komme da irgendwie mit dem Hebi nicht ran Nein Ich bin der Baby Yes Was Mach sie platt Jo Nein Onkelchen schon wieder Ja da sind auch noch zwei von denen Nicht dass einer reichen würde Nein es müssen auch nur zwei sein Nein natürlich Treff natürlich wieder Nicht Holy Shit Holy Shit Ich wollte dich gerade messern Du Sau Ja Triple hat's aber in der letzten Zeit Du hast mir auch angeguckt Also Triple hat's in der letzten Zeit mit mir Der schießt Mia aus Helis raus Der schießt mit der LPG kaputt So Triple Oh nein ich bin ausgestiegen Nein wieder eingestiegen Gott sei Dank Ach verschwinde doch Oh ja jetzt bin ich auch am Kampf gefallen Der verlängerte Penis Ich dachte dann wäre es schon so lang Ja ich habe noch ein paar Zentimeter dran gebaut Oh yeah Er kann nie lang genug sein Ja Das ist ein sexy Panzer Ich habe ihn sogar getroffen Haha Onkelchen komm her Onkelchen Komm her Onkelchen Guck mal nochmal RPG Hi Wir holen uns das Onkelchen Dann gibt's sexy Draten Wir sind kurz in die Ausstellung Hi Ach das war ja nur Schrotte Wo ist ein Onkelchen Ok da habe ich den Hinterhands Der kommt gleich Aha ok Stürb doch Warum stirbst du nicht Warum stirbst du nicht Jetzt Achtung Ja Jetzt aber Achtung und Ja Hi Triple Rache Rache Ich weiß wo er kommt Ich weiß es Ich seh dich Es müssen zwei Leute sein irgendwo Komm doch Komm doch Hallo Da bin ich Denken wo Hallo Schau 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 Oh Scheiße das ist ja auch mal einer Fickt euch doch mit dem Panzern Mann Aua Nein Hör auf LittleBotter Tray Nein Nein Nicht getroffen Doch jetzt Da hat's getroffen Da hat's wieder gemüller Der leckt mich am Arsch da Ja Ja Nein What the fuck Das ist echt schwierig Stirb doch Ach man Fick dich Du jetzt Komm 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 Nein Mann Dreck Ja Let's party Yes Kommst du daher Na verdammt der Schufe ey Wieso ist der denn jetzt gestorben Habe ich jetzt nicht verstanden Ist der aber verbrannt oder was Er hat mich nicht getroffen Geilgeilgeilgeilgeil Geilgeilgeilgeil Geilgeilgeilgeil Aufgetaucht ist Ach du bist doch nicht normale Oh Ich wollte das auch tun So Geht das hier Nice In your face on the king Boom Komm schon Jens Ich bin übrigens hinter dir Du Pfeife Ne Scheiße Wie du weißt Mein Gott ne was ist denn los Ich hänge jetzt fest Mert mal nein Fuck 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 Ja Hihihi In your face Ne 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 Jetzt gleuchte dein L.A.V. Dein Lieblingspanzer Dein Schnuckipuzzi Lalalalalalalala Passt du komm Passt du komm Jo Du wolltest jetzt nicht den ganzen Dach auf dem Dach verbringen oder was Ich Nur den halben Wollte mal nur erwähnen ne Was Alter Ich will schießen NEIN Ja Wie hast du das da hoch bekommen Ja durch den Aufzug Ich zeig dir Warte pass auf Hier ist der zweite Was habt ihr da gemacht Little Bird Little Bird Little Bird Wo Little Bird Da Little Bird Der stirbt jetzt Ah shit doch nicht Steht da oben noch einer Ah Was geht mit eurem Jeep da ab Ah da sitzt doch Ah Schatten wir aber Oh ne Oh ne Shit Oh der shit Ah nein Was ist das passiert Warum geht denn der Jeep da nicht raus Moment ich versuch den mal mit dem anderen zu rammen Ram ihn mal und ich versuch zu fahren Ja warte ich ram ihn mal Achtung Und jetzt Warte nochmal von hinten Surprise Budsax Mach mal fest Da vielleicht gehts lang Ok Wie geht das aus Ich habe das verfehlt Scheiße Fress jetzt wieder nach unten oder was Nein das könnte ich jetzt Ey wir färten den runter Jetzt ist er nicht mehr da Oh scheiße da war der Todi Hä Moment wo ist der Jeep hin Ja der hat jemand in den Fahrstuhl gedrückt Ja aber der Todi kam hoch und du bist runter Wie geht denn das in einem Fahrstuhl Ja weil der Ohrschlaff aufmacht Das macht keinen Sinn Fahrstuhl auf Fahrstuhl Da ist er wieder Nein das ist das Auto in die Doppel Nein Oh Ach Jens Ach Schatten läuft ja klar Spielverdermat Der ist jetzt schnell Bis bei der Spielverdermat Jens Ich seh nichts wo seid ihr Machst du die Augen auf Ich kann da nicht schießen ey Das ist noch einer Ja Ja Oh was war das denn Holy shit Holy shit Wird doch sein für den Onkel Dass du da rein haust Nein Verdammt ey Die App Nein ich wollte die Messer Du Sau ich bin dir eine Minute hinterher klatscht ey Scheiße ne Scheiße du bist ein So ein Glücksschwein das gibt es nicht Wie wo ist noch einer Oh kommt hoch ist es um Hier kommt hoch ist es um Ich bin runter Da 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 Yes Scheiße ne Dead Years guys Ladies und gentleman energ Herzlichen Dank für das angucken von diese Videos hat großen Spaß gemacht mit Euch zu spielen Und wenn ihr mitmachen wollt dann einfach auch www.dicrazykerle.com Da findet ihr die Daten für unsere Server und auf dem TeamSpeak und auf der linken Seite seht ihr jetzt das letzte DCK Troll & Fun Video und auf der rechten Seite das erste Extra Video zu meinem Kanal. Da ist auch der Hightower mit dabei, also auf jeden Fall beide Videos auschecken und nicht vergessen, den Channel abonnieren und für dieses Video, wenn es euch gefallen hat, den Daumen nach oben, das bringt mir was und dann mache ich auch jede Menge neue Videos für euch. Ich wünsche euch eine gute Woche, macht's raus, euer Gibi, ciao! Bis zum nächsten Mal!